So, hallöchen meine Lieben, willkommen bei Starcent. Es geht weiter, genau da, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben bin. Wir brauchen ein bisschen Stille und dafür hacke ich jetzt, das mache ich hier, hacke ich jetzt ein bisschen Wedel hier klein. Ich traue mich, die nicht alle miteinander rauszulegen, weil mir schon mal welche um die Ohren geflogen sind. Nicht mit dem, nein. Mit dem hier. Wir brauchen nämlich für die Kissen ein paar Stille. Ein paar wenige, mehr. Ein paar wenige, viele. Ähm, Tab. Ein, zwei, drei, vier. Heute hatten wir im Spiel noch keine. Jetzt wird es ja wieder schon Nacht, glaube ich. Aber heute im Spiel hatten wir noch keine Würmer, glaube ich. Das war an gestern. Aber ich schlafe dann auch gleich, wenn es hier, wenn es zu und dunkel ist. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich. Ach nee, diese Tür haben wir fertig gemacht. Wo mache ich denn? Wir können die ein bisschen verteilen, die, ähm, Kisten. Was brauche ich jetzt hier für noch? Stöcke. Stöckler für die Kisten. Das waren keine. Aber warte mal, ich habe doch hier Pupen dabei. Und das habe ich dabei. Und das habe ich dabei. Oh, das geht gar nicht mehr rein. Moment. Dann machen wir so. Hier noch irgendwo. Liegen wir das kurz hier mit rein. Ich weiß ja, dass ich dann zwar alles wieder rausräumen muss, aber das ist mir gerade egal. Was war das? Ach, der Marker. Da ist schon wieder dieses komische... Wenn es immer nacht wird, dann sieht der Horizont so komisch aus. Ich weiß nicht, ob es später mal ein größere Kisten gibt. Wegen zwei Stielen. Ähm, hier. Habe ich es wieder aufgenommen. Oh. Meine... Warte mal, kann ich die so herstellen oder fehlt mir irgendwas dazu? Was fehlt mir? Zwei Stein. Meine Axt ist kaputt. Mit einer Axt. Äh, hier. Herstellen. Ich würde gerne, um mehr Platz zu haben, ist so hinstellen. Dann kommen da ja auch von der Seite dran. Sieht zwar nicht so schön aus. Das sieht halt sogar, wie die aufgehen, ne? Weil man hat auf jeden Fall mehr Platz dann. Ähm, 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 hier. Kann ich hier noch eine hin? Zur Not können wir dann hier noch eine hinmachen, falls wir mal echt Platz sind brauchen oder so. Ja, was war der Webstil noch mal Tücher, ne? Tücher und so ein, äh, Schamons. Können das ja erst mal so lassen. Dann können wir hier das ganze Zeug reinmachen. Äh, Blätter und dieses Zeug. Das und das. Kannst du dann später noch hinstellen. Das ist aber eigentlich hier, ne? Das kannst du hinstellen. So. Ich nutze mal die Nacht aus. Und wir sollten uns endlich mal eine Fackel herstellen dann. Wenn wir soweit sind. Das ist eher was zum Futtern. Medizin. So, die kann ich jetzt da wegmachen. Ich finde es auch gut, dass man das Zeug dann, äh, nicht extra wieder sammeln muss vom Boden oder so, sondern dass das dann gleich in dein Inventar wandert. Finde ich sehr, sehr gut. Weißt du was, ich... Das ist zwar dann falsch rum, aber... Ich stelle dazu noch... Kann ich da in den... Klingt, glaube ich, ganz okay aus. So, das da und... Das da und ich weiß nicht warum, aber legen wir das da auch mit hier rein? Einfach nur, weil es geht. Und hier kannst du die ganzen Steine und das Zeug und überhaupt reitschmeißen. So. Wedel. Ach, Wedel gehen gar nicht alle. Warte mal, mach mal die Wedel da oben. Ähm. So. 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 Können ja auch Lichter machen, glaube ich, ne? War nicht... Hatten wir nicht so eine Standfackel gelernt? Muss kurz nochmal reingucken. Check immer... Check immer ein paar Mal. Das da kann ich aber... Kann ich das noch alles mitnehmen, Lena? No. 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 Das da kannst du hier mit reinmachen. Und jetzt kannst du das da auch kurz mit hier reinmachen. Äh, das kannst du da kurz mit reinmachen. Äh, nee, warte. Ja. Das und das. Das ist eine Schüssel. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. So, ess mal ein bisschen was. Dann kannst du das da mit. Sehr schön. Das Feuer lasse ich da erstmal. Das lasse ich da auch. Den lasse ich auch stehen. Der wird wahrscheinlich eh, wenn Sandsturm kommt, irgendwann weg sein. Weichere nur mal kurz. Einfach nur mal zur Sicherheit. Ähm... Du kannst auch da... Hast du Hunger? Nicht, dass du mir hier wegläufst. Ähm... Ja. Ich komm gleich nochmal zu dir. Wir bräuchten noch eine Kiste. Frage ist, wohin. Die Frage ist, wohin? Den Stiel und... Nö, mal Stiel und... Stock mit rein. Da haben wir noch zwei Kisten. Lass mich kurz mal durchgucken. Braucht ich noch irgendwas hier drin? Da ist diese stehende Fackel. Da brauchen wir aber zwei Metallbarn. Hier, guck mal. Vier Schuppen. Acht Schuppen. Naja, okay. Ein bisschen brauchen wir noch. Ja. Doch, wir brauchen schon noch ein bisschen. Damit wir das da alles machen können. Ähm... Ich stelle das jetzt mal hier schön hin. Wenn wir das auch mal eine Kiste schön steht. Wir können ja noch eine Kiste hier hinstellen oder so. Ist dann für... Warte mal. Steht die? Steht die richtig schön? Ich weiß nicht. Hier hin. Moment. Ich stehe neben dem Fenster, okay. Dann stellen wir die... Hm. Da hin. Da können wir das Zeug da reinmachen. Lass ich erstmal bei mir. Schlüssel kannst du auch mal hier reinmachen. Die sind ja noch zum Trinken und dann erst kannst du hier essen. Die lasse ich auch mal bei mir. Und jetzt schlafe ich dann gleich. Weil es mich selber aufricht, wenn es so dunkel ist. Das kannst du aber noch kurz hier reinmachen. Nee, das kannst du mal behalten. Nee, das kannst du mal behalten. Okay. Sehr schön. So. Anni, ich wollte ja in dem anderen mal schlafen. Wie das ist. So, mal gucken, ob das wirklich irgendwas anders ist. Oh, du schläfst die Nacht über einen beruhigenden, traumlosen Schlaf. Guck mal an. Hat man doch irgendwelche Buffs oder so? Schläfte mal sehr. Eigentlich schläfst man sehr kurz, aber trotzdem schläfst man irgendwie sehr lange. Vielleicht geht es um Trinken und so weiter weniger runter. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Es gibt, glaube ich, ein Steam-Achievement, habe ich gesehen. Wenn du, ich weiß nicht wie viele Tage, kein Fleisch isst. Vielleicht teste ich das auch mal irgendwann. Ich bin immer so ein Typ, wenn mir ein Spiel gefällt, dann... Oh, da... Holz, 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 Holz. Oh, guck mal, die sind nachgewachsen. Wenn mir ein Spiel gefällt, dann möchte ich immer gerne... Das so gut wie es geht komplett haben. Achievement und so. Oder halt alles gemacht haben und so weiter. Und... Guck mal, ich muss das mal machen. Aber die Bäume sind hier nicht so nachgewachsen. Da müssten wir an... Wir müssten mal fortgehen. Ob wir irgendwo anders noch was finden. In der Oase. Irgendwo so zwischen rein mal. Hmm... 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 ja es geht ja nur 20 rein also ein stack 20 dann passen hier die 20 den brauche ich dann momentan nicht weil da kann ich eh nichts machen weil ich kein holz habe den kannst du dann eigentlich kurz damit reinmachen würde aber doch gerne warten bis jetzt diese viecher wieder da waren 26 pfeile wir können ja mal kurz weiß nicht ob die irgendwann mal die spawnen hier war auch so eine schöne stelle gewesen hier wo ich bin hier ist schön flach und da hast du so eine schöne kleine mich gerade aufkalken merender tatsächlich gegen eine schöne kleine zunge so weit oben war ich nicht habe ich vielleicht gar nicht mit so vielen pfeilen daneben geschossen oder sind die echt die spawnen weil ich habe die gestern schon gefunden hier dürfte ja nichts sein komisch komisch aber was hast du jetzt alles drin du hast jetzt nur immer nehmen wir zwei zelt mit nee es reicht eins oder warte mal lassen wir gucken kurz mal gucken wir waren hier dann sind wir hier her dann waren hier diese zwei pöppels glaube ich dann sind wir irgendwie hier angekommen hier war doch noch so ein wartendes das war die ruine dann war doch der pöppel irgendwo hier und da war doch noch irgendwo was wo war denn das war in die richtung ich meine wir können ja rein theoretisch von der oase mal nach richtung westen gehen weil hier in der mitte müsste irgendwas sein also würde ich jetzt mal sagen glaube nicht dass die so viele freie fläche gelassen hätten schauen einfach mal auf jeden fall haben wir noch was gesehen von diesen einem pöppel aus da hatten wir auf jeden fall noch was gesehen aber ich schaue erst mal was ich noch so herstellen kann für unterwegs beispielsweise schlauch oder so habe ich jetzt alles dabei nur dieses zählt das zweite zählt kannst du mal hier reinlegen und wir das mitnehmen läuft hier was vorbei oder ist es die spielmusik spielmusik jetzt so angehört als ob jemand hier vorbeiläuft ich habe ein tuch ich könnte aber was herstellen und ich habe 28 leder wie viel brauchten und das hier drei leder und ein tauwerk da können wir uns so welche machen oder und zwei oder so ich mache mir erst mal die eine und dann gucke ich mal wie sie ist machen wir das da kurz weg mach das da auch mal kurz weg weil dann können wir die vielleicht stellt wieder her 12 bis 15 0,5 ich trinke mal kurz dazu wenn ich hier bin so 22 bis 35 1 1,5 dann ist die ja voll gut dann kannst du noch mal eine herstellen dann dann kannst du von den zwei mitnehmen tatsächlich warte mal dann kannst du das eigentlich weil zu futter und trinken ist hier einlegen so als notreserve wieso ist das hier du hattest hier so im balken und bei mir in grünen balken alles gut kamel du läufst nur rum oder hier dann füllen wir den gleich mit auf äh ich hier musste auffüllen so leg die beiden mal oder den zweiten mal ins kamel hat auch so ein balken okay so dann hast du den balken dann hast du das da fürs kamel ja ich lasse es mal hinten ich lasse es mal hinten drauf dass ich das immer gleich füttern kann so was haben wir noch das haben wir das haben wir das haben wir wüstenbalsam das ist mit dem sonnenbrand ich gucke erstmal wofür ich die wüstenfruchten noch brauche zum beispiel hier gegengift aber momentan weiß ich nur die skorpione verband diese verbände wurden von den alten zur versorgung von wunden verwendet und haben heilende eigenschaften da brauchen wir aber tierisches fett das habe ich noch nicht das ist der marker kann man später da kann man ja auch noch welche herstellen zum mitnehmen tauwerk und stock tauwerk hat mitte gebraucht 1 so können wir ja nee die kann ich beide mitnehmen die nämlich beide mit kann ich auch mal ins kamel legen die hast du wieder geköttelt also schon wieder was heißt schon wieder also die geköttelt da unten wollte ich reingucken wird es euch jetzt vollkommen falsch haben das ist noch draußen das da weiß ich noch nicht wird verwendet um den weg zu finden kannst du es von weitem sehen und es erscheint auf der karte sobald es platziert ist das ist tatsächlich gar nicht schlecht das merke ich mir mal lebstuhl haben wir das haben wir das haben wir das haben wir das haben wir am brunnen das sehe ich jetzt hier noch nicht wenn wir mal lebensziel lebensziel über haben oder ich weiß nicht was ich mit dem machen soll oder wie auch immer dann machen wir den aber ich bin ja momentan an der wasserquelle von daher das haben wir das haben wir Trophäe Kampftrophäe ist es nur eine Trophäe oder hat die einen tiefengreifenden Sinn weil ich dachte ich meine es kann ja auch so sein wie bei the forest dass die dann nicht so oft kommen oder so aber die brauche ich momentan noch nicht hinstellen also ich sehe das momentan noch nicht jetzt so brauchen wir Metallbahn da habe ich noch keine zwei den druck braucht sechs bretter ich habe aber bisher nur das ich würde ich würde den druck hinstellen wenn ich mehrere habe den da das kann man einen sattel machen wie cool ist das denn aber der braucht auch wieder vier baumstamm und drei tuch wie viel baumstamm habe ich noch und drei die frage ist welchen baum machen wir um entscheidung getroffen weil das wird eh nur so eine kleine basis ich weiß nicht ob die bäume nachwachsen wenn ich ehrlich bin das sehen wir dann wenn wir irgendwann zur stadt basis zurück kommen ob die bäume nachgewachsen sind dann sehen wir es ich werde ein wedel aufgenommen und dann sehen wir es dann sehen wir es und dann sehen wir es dann sehen wir es siehst du verlassen aus ohne grünzeug links und rechts Ich hoffe, wir finden noch was Schönes. Das da ist... Hier, Fackel. Jetzt braucht das ein Wedel. Nein, das mache ich jetzt danach. Die Fackel mache ich dann, wenn ich irgendwann was anders finde. Wie viel braucht das da? Vier. Ich hoffe, die hält dann auch lange. Das war der Speer. Den Hut habe ich ja. Die Rüstung schaue ich mir dann... Okay, jetzt haben wir dann nur noch die Rüstung. Das schaue ich mir dann gleich an. Ach nee, hier haben wir ja Wedel. Guck mal. Werd Fliegen und andere Insekten ab. Ah, es gibt Fliegen und noch andere Insekten. Ich verstehe. Verstehe. Okay. So. Uh, wir bekommen ein Dach. Wie cool. Schade, dass man sich nicht selber drauf sieht. Das ist echt schade. Brauche ich dann das da überhaupt noch? Wenn wir mal jetzt schon Sonnenschutz 50. Wenn ich dann da drunter bin... Hm. Hm. Äh, wie sieht es mit deinem Futter aus? Müssen wir mal gucken. Ich will nicht, dass du mir weglust. Ja, gleich. So ein Trog wäre schon cool. So. Ähm. Ich muss mich kurz mal was gucken. Bestimmte Art von Technologie. Ich will nur mal kurz... Von mir aus nimm die Holzstimme. Mit den zwei kannst du vermutlich eh nicht viel machen. Also hier rein geht's nicht. Ist das für irgendwas... Andere. Ich bin mal interessiert, ob du auch was aus Stein machen kannst. Nein. Okay. Also mir ist ging es jetzt seit gerade ne. Wie viele Lehmziegel hab ich eigentlich? Acht. Hier brauchst du mal für dieses Ding 10 für den Brunnen, ne? Ah, du bekommst zwei Stück aus einem Lehm im Brocken. Okay. Ich lass erst mal die da durchbrennen, weil ich grad nicht weiß, ob ich noch irgendwo Rohlehm brauch zu irgendwas. Und der da hier ist noch nicht nachgespawnt. Beziehungsweise doch, und der da könnte... Und der ist nachgespawnt. Den hatte ich ja später weggemacht. Ich glaub, meine Spitzlage wird auch bald kaputt gehen. Vielleicht sollte ich mir auch mal noch einen Bogen bauen. Weil der Bogen, den hab ich schon lange. Und der geht mit Sicherheit auch irgendwann mal kaputt. Ich leg das jetzt mal da rein. Ich weiß zwar nicht, wie lange das da noch brennt. Aber das kann ja dann hier ein bisschen durchlaufen. So. Vielleicht finden wir ja auch dann irgendwo mal Metall oder so. Ähm, was hab ich grad gesagt, Bogen? Äh, Wasser. Äh, zwei Stock und ein Tauwerk. Achso, ich hab nur eins. Okay. So. Dann kommen wir zu den... Kann ich noch nicht, ne? Würde ich so gerne machen. Oh oh. Äh, ja. Warte, ich speichere gleich. Nun, hab ich mir einen Bogen gemacht. Ich hab aber noch keine Abwehr. Das heißt, wir gehen woanders hin, außer hier. Äh, außer hier. Das war ein falsches Deutsch, aber ihr wisst schon, was ich mein. So, meine Freunde. Wie viel Zeit hier denn diesmal? Ich hab nur 26 Pfeile. Ach, ein Trommel, da muss ich zu essen gehen. Moment. Kann ich das auch füttern, wenn das hier so... Moment. Moment. Du musst warten. Stopp. Ich hab keine Zeit. Kann ich dich auch so füttern? Ja. Okay. Muss es nicht da unten liegen haben. Sehr gut. So. Weiß nicht, auf welchen Slot ist es gerutscht. Auf der 5 ist der neue, wahrscheinlich. Kommen wir da oben, oder? Ich hab zumindest was gesehen, glaub ich. Okay. Und wie viel sind es diesmal? Drei? Also es ist ja gar nicht so verkehrt, wenn viele kommen. Aber dann sollen die auch... Fünf! Nein. Ich glaub, meine Pfeile reichen nicht. Okay, Wasser-Gaming. Zwei. Wie viel können denn da maximal kommen? Ich frag nur so für einen Freund. Ich... Wasser-Gaming. Wo ist mein Zeh im Wasser? Kann sein, dass ich jetzt sterben werde. Vergrabt euch. Ja, ja, alles gut. Hau den Pfeil rein und verschwinde im Wasser. Das dauert... Das kann jetzt ja die ganze Folge dauern. Aber ich sehe noch keinen Pfeil, den ich hier verschossen hätte, oder? Nein! Jetzt kommt doch noch ein Sandsturm. Wie fies ist das denn? Und ich kann mich hier nicht... Ich kann... Ich kann hier nicht tauchen. Ich muss in meine Hütte. Greifen die dann meine Hütte an? Oder kommen die nicht rein, wenn ich hier bin? Vor allem frage ich mich... Wie ist es mit den Fenstern? Aber die Fenster scheinen nichts zu machen. Das sind ja immer voll fieses Timing. Oh nein, was... Ist mit dir alles okay? Oh nein, sind die bei meinem... Die greifen das Ding an. Oder? Ne, greifen sie nicht an. Okay, gut. Ich dachte, die greifen das Ding an. Kann das wieder vorbei sein, bitte? Aua! Machen wir das kaputt? Okay, ich bin tot. Au! Hotab! Mein erster Tod, oder? Oh, das ist echt fies, dass beides gerade auf einmal ist. Was ist, wenn ich jetzt halt neu lade? Kommt dann wieder beides auf einmal? Oder ist die Chance, dass ich... Dass es sich verändert? Habe ich die Chance, dass es sich verändert? Dass nicht beides auf einmal kommt? Wusstest du schon? Du kannst auch vom Bäumel klettern. Ja. Kann ich das auch während eines... Ich lade kurz das Spiel neu. So. Kann ich das auch während eines... Ähm... Wurm-Dinge ins Machen? Kam der Angriff schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Also kam die Meldung schon? Ich glaube, ne? Ja, du bist voll gefuttert. Das war ja mal voll fies. Vor allem auch so viele. Und ich kann hier nirgends tauchen im Wasser. Das ist nicht so tief. Ne. Und hinlegen kannst du dich, glaube ich, halt. Hm. Das ist natürlich suboptimal. Wenn das jetzt wieder gleichzeitig kommt. Da weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ja, sind wir da sechs. Wenn der Sandsturm dann wiederkommt, dann muss ich... Hm. Kommen die zu mir oder kommen die zu meiner Basis? Die kommen zu mir, oder? Einzige Möglichkeit ist dann, dass ich mit dem Kamel irgendwo hinreite. Nur ich weiß nicht, ob... Wie der Sandsturm ist. Ob der lokal ist. Oder ob der... Der ging vorbei. Und ist weggesprungen. Und ich weiß nicht, wohin. Oder ging er nicht vorbei. Das sah nur so aus. Kommt noch ein Sturm? Weiß nicht. Also der eine, der hat schon viele Dinger drinstecken, ne? Ich hab Angst. Wird, dass kein Sandsturm kommt. Das ist fies. Nein, 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 nein. Du greifst nicht meinen Kamel an. Wo hast du mich halt erstocken? War ich ja... Jetzt war ich ja... Ich bin aus Versehen ins Wasser gelaufen. Vielleicht ist das so. Braucht ihr mal Pfeile? Wie, der kann mal jemand sterben von euch? Wäre cool, wenn ich meine Pfeile wieder hätte. Nur mal so eine Idee. Nein. Au. Ich habe großes Auer. Ich habe nur noch vier Pfeile. Ich brauche gerade irgendwelche Pfeile und es wird Nacht. Also mittlerweile ist nicht mehr die Hitze mein größtes Problem, sondern echt diese Dinger. Ich muss kurz mein Leben regenerieren lassen. Ein wenigstens ein bisschen. Da hinten liegt ein Pfeil, den würde ich gerne snacken. Aber ich muss kurz. Die Folge wird leider ein bisschen länger. Da es sich jetzt verzögert hat mit dieser Welle. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie lange sie wird. Es kann noch ein bisschen dauern, ja? Es kann noch ein bisschen dauern. Wieso renne ich eigentlich nicht so schnell? Weil ich verletzt bin? Trunken habe ich ja. Oder weil ich nass bin? Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, weil ich verletzt bin? Weil ich renne gerade nicht. Also ich kann nicht rennen. Oder kommt ein Zahnsturm? Nee, nachts doch nicht, oder? Nee, ich kann nicht rennen. Vielleicht, weil ich nass bin? So schwer kann ja nicht sein. War schon mal schwerer. Wehe, er toucht mein Kamel an. Kann mir halt auch keine Pfeile machen, weil... Ich glaube, echt so eine Abschirmung. Okay, wenigstens einer ist tot schon mal. Kann ich mir da ein paar Pfeile snacken? Da hinten liegt einer. Aber jetzt kann ich wieder rennen ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es lag. Das darf aber nicht so lange dauern, weil sonst kann ich den nicht... Sonst verschwindet der, wenn ich den looten will, weißt du? Ich glaube, du hast noch gar keinen Pfeile drin, kann das sein? Ah, doch. Du hast auch schon welche drin. Ich weiß halt schon gar nicht mehr, wen ich angeschossen habe. So, ein paar habe ich anscheinend angeschossen. Und nicht alle auf einmal. Bitte, 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 Nerd. Der ging vorbei. Der eine hat aber einen Pfeil im Kopf. Ging der andere Pfeil hin oder ging er doch rein? Ich muss gerade wieder Leben regenerieren. Oh, wenn ich das Wasser nicht hätte, na? Hier ist sowas von tot. Ich muss da auf jeden Fall... Ich brauche Holz als nächstes und dann stelle ich hier so Spikes auf. Das ist so das nächste... Das ist so mein nächstes Ziel. Aber ich will erst mal eine neue Stelle finden, wo es Bäume gibt. So, glaube ich, das nächste. Warte, wie viel ich schon tot habe? Acht! Möchte echt gerne Verbände haben. Ich muss gucken, wie man an dieses Tierfett kommt. Und ob man leicht an das Tierfett kommt. Von welchem Tier vor allem. Wie viel hatte ich jetzt eigentlich schon tot? Weih? Oh, verdammt. Das war so knapp. Ich konnte nicht zurück, weil hinter mir einer war. Verdammt. Okay, pass auf. Ich würde sagen, da die Folge jetzt schon über 40 Minuten ist, ich lade beim nächsten Mal nochmal den Spielstand an. Versuchen wir es nochmal in der Hoffnung, dass wir wieder keinen Sturm haben. Weil wenn ich es jetzt nochmal mache, dann geht die Folge wahnsinnig lang. Ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Spielstand, den ich eben jetzt laden werde, wo ich gespeichert habe. Und dann mal gucken, ob wir und wann wir das schaffen werden. Ich mache das so lange, bis ich das auf jeden Fall schaffe, weil sonst geht es ja nicht weiter, logischerweise. Zwei Tode. Ihr könnt ja raten oder wetten, wie viele Tode das noch werden in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge noch zu was anderem kommen, außer nur diese Dinger zu bekämpfen. Aber wenn das so viele sind, dann haben wir eventuell viel Loot und können uns diese Rüstung machen. Momentan haben wir ja noch die Startrüstung. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen, auch wenn es so lange geworden ist und zum Schluss zwei Tode drin waren. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Dann erzählen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.